Ich bedanke mich für die Nominierung bei der Betriebsfahrer W. Hirschmann. Ich bedanke mich für die Nominierung bei der Betriebsfahrer W. Hirschmann. Ich bedanke mich für den Leitspruch Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Ehr, möchten wir das kostbare Wasser aber nicht verschütten, sondern schütten es lieber in Dank von unserem Vorauslöschfahrzeug, um auch weiterhin die nachgeratene Bevölkerung zu unterstützen. Wir werden mit dieser Aktion einen in Not geratenen Feuerwehrkameraden unterstützen, und mit diesem werden wir niemanden mehr nominieren. Dankeschön.